Dabei wurden Cain und ein Teil seiner Mitstreiter wohl getötet. Außerdem führte die verheerende Explosion, durch die das Flüssigtiberium-Lager unter dem Tempel zerstört wurde, zu einem tödlichen Fallout und zur Kontamination des größten Teils von Osteuropa. Noch ist nicht geklärt, ob es sich um einen Unfall handelt oder um einen letzten verzweifelten terroristischen Angriff Cains. Die einzige Stellungnahme der GDI war bisher dieses Statement vom amtierenden Direktor Boyle. Der Verlust dieser unschuldigen Leben ist einfach unvorstellbar. Aber wir sehen auch etwas Gutes in dieser furchtbaren Tragödie. Es ist die Tatsache, dass Cains Schreckensherrschaft jetzt zu Ende ist. Und dafür sollten wir allen besonders dankbar sein. Ich bin ein Lernerner im Februar als Kivau. Untertitelung des ZDF, 2021 zum Aufkleinigen. Untertitelung des ZDF, 2021